hallo und herzlich willkommen hier bei LS22 auf der Nordrische Marsch mit der neuen Version mit dem Micha Multiplay heute machen wir auf jeden fall die Mission fertig also haben wir schon abgeschlossen jetzt pressen wir noch die letzten anderthalb Bahnen hier der Micha fährt die gerade parallel ab und dann können wir die Aufträge abgeben dann haben wir auf jeden fall ein bisschen Kohle wieder gemacht Simon das haben wir schon wieder so da haben wir wieder ein bisschen Kohle dann müssen wir mal gucken dann haben wir glaube ich noch Flügen ist doch noch fertig dann müssen wir unser Saat unser Säplan bisschen überarbeiten wir bräuchten ja Anf oder Flax weil es gar nicht wo Flax hergestellt wird äh wie 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 man das wo das herkommt ob das angepflanzt wird oder was ich hab keine Ahnung müssen wir mal gucken ja dann vorher geht's mit die Kamera so weit dir vorbe so normal ja aber nicht so tief ich würde ich würde ich will oben drüber sehen deswegen den Ball ja cool dann wissen wir doch Bescheid aber dann müssen wir mal gucken was das für eine Frucht ist aber nicht schlimm da gucken wir dann gleich mal nach wenn der Drucker mal fertig wird mit den 200.000 Seiten hier drüben ich hab noch mal den 26 Grad hier drüben und es geht noch wärm wenn ich anfange 36 Grad und es wird noch heißer dann äh groß in die Wunder ne so langs noch nicht mit der Baudus in der Wuchs ist es relativ angenehm Warte ich fang an ich mach bored späties T-H-H-H T-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H T-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Kinder bitte unterachten nicht geregnet dann kommt er nein nein lass es bloß nicht hundert Prozent jetzt sowas in der Richtung das Elend will doch keiner sehen n die heute allein auf dem mars anschauen was für mars auf welchem mars lebst du jetzt nehmen und hauten die nacht noch mal raus verstehe ich irgendwas ist hier sehr komisch geworden egal so ich habe jetzt ruhig eure avatare zu aktivieren jetzt habt ihr wieder eure avatare hier dann läuft ja schon mal ok leiden ok dann müssen wir leiden dann pflanzen kriegen wir hin ob ich denke ich wie auch immer ja so halte ich war halt gleich auf der letzten bahn gleich mal ein paar minuten also ein zwei minuten mein sabbel denn ich würde gerne noch ein clip machen denn mein plan ist es nämlich ein intro video bei twitch noch zu kreieren mit den verschiedenen spielen die und so so kleine ausschnitte was genau stimmt das stimmt das recht so dann würde ich das wollen ausschalten mein sammler halten auf der graden und dann können wir gleich mal ein clip erstellen was nicht hochladen oder so mich ja dann nur erstellen damit aber gleich ja mal an sind und so nach ihr musst du erstellen ich kann auch nicht von ihr wenn das an der richtigen stelle macht ja so jetzt hat sie klappen ich kann jetzt muttern von anderen wochen warte kurz zwei sekunden einmal ruhe damit war den clip herkriegen und dann ich das ich 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 Das war's für heute. so ich hoffe ich konnte clips clip erstellen ich hoffe weil ich kann den clip nicht erstellen ich will er bei mir nicht machen das macht er bei mir irgendwie nicht warum auch immer bei mir macht der clip nicht ich habe keine ahnung ansonsten muss ich es wieder außen dinge daraus wollen wir dann ist ein blacker clip ich sag mal suboptimal hier wird gerade sagen ich komme vor das ding vorne und kippen gleichzeitig bleiben sie stehen und den sieht man noch nicht und bleibt stehen clips eben die möglichkeit jetzt zu spät so weit kommst du glaube ich nicht zurück oder ich weiß auch nicht ich habe keine ahnung wie das mit den clips hier funktioniert wie mir an und jetzt habe ich ein moment wichtig so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay.